Siebenmal. Hab ich auch. Schnief, schnief. YouTube. Wer war's? Batsi und Zocki hier. Unglaublich aber wahr. Wir sind wieder da. Was sind wir, dass du da? Hoppa, Hoppa, Ralf da? Keine Ahnung, das war wieder. Ach Gott, das war einfach. Hey. Ich kann euch gleich mal zeigen, was der Zocki bei der neuen Base schon stark gearbeitet hat. Hab ich nur ein bisschen mitgeholfen, ne? Das ist die Großheit der Zocki wie gemacht. Muss mir ihn lassen. Ah, ah. Oh, wir haben hier Besuch. Aber da wird jetzt gekonnt ignoriert. Oh, Stefan, Schatzkarte. Ich hab hier Essen drin. Ja gut, ich lass das Inventar jetzt mal. Schau mal das mal wieder. Ah, ich feier mit der Mars. Jetzt krieg ich irgendwelche Werbung im Spiel. Geil. Was, was? Das ist Werbung im Spiel? Ich hab jetzt grad irgendwelche Werbung bekommen. Hä? Hä? Ja, aber vom Internet aus. Also nicht vom Spiel aus. Also... Hast... Hast... Hast'n Virus, hm? Keine Ahnung. Zu viele Pornys. Dürfte ich aber eigentlich nicht, weil... Kaspersky? Ja, Kaspersky. Hm? Siehst du, ich hab' zum Beispiel kein Virusprogramm oben. Weil ich hab' einfach drauf furzt, ne? Fuck, ihr riskiert's einfach. Eja, juckt nicht, Bruder, juckt nicht. Ey, warte mal. Wieso wird mir das Licht anzeigt? Weiß ich nicht hier. Da. Ich weiß ja gar nicht, wie... Ich weiß ja gar nicht, wie ich fahren soll jetzt. Musst doch nur... Ach! Warte mal. Ihr könnt ja was helfen. Warte, wir uns mal verbinden. Oh, Blutie. Ich bin eh richtig... Ja, ich weiß eh eigentlich, wo's lang geht. Aber oben auf der Kleinkarte wird's mir halt grad nicht anzeigt. Mir aber auch nicht. Ah, egal. Ich bin eh nicht weit weg. Ah, der Mais gibt aber nicht so viel Energie zurück. Ich bräuchte... Ja, aber du kriegst enorm viel daraus. Also... Kannst da... Kannst da fressen. So, jetzt fahr ich mal kurz wieder zur... Neuen Base zurück. Oh, ich seh grad die Kirche im Schneegebiet. Sieht man ja bis hier. Wenn ich das Schneegebiet seh, merke ich auch, ich fahr falsch. Oh, jetzt seh ich's. Ja, du musst doch ein Stück fahren. Ja, ist aber gar nicht so weit weg. Also... Müssten wir schnell hin und her fahren können, ne? Ja, du meinst, der Tunnel geht sich locker aus, oder? Ja, Mann. Der Tunnel bis dorthin geht sich easy aus. Nein, jetzt ist einmal wichtig, dass wir den Rest... Den Rest müssen wir irgendwie wegbuddeln noch schnell auf die Garten. Aber zu zweit haben wir das eh gleich geschafft. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab die Brücke ruiniert, ein bisschen. Hier. Ja, da hab ich jetzt noch Rucklerei drin bei unten fahren, das ist nicht lauernd. Ja, der Boden ist so im Heimer. Super. Praktisch immer der Kuh da. Also, Zombie! So, da mach ich mal ein Stückchen noch weg. Aber jetzt, wir brauchen noch ein Zombiespiel, weißt du? Noch eins? Ja, noch eins. Wir haben doch... Wir haben doch jetzt eigentlich drei Stück. Dass wir dann vier haben. Weißt du, kommt nicht noch irgendwo was raus? Weißt du jetzt gerade nicht, oder? Nichts mit Zombies mehr. Oh, ich ruhe nicht die Brücke. Extrem schlimm. Nee, nicht wirklich. Ich sag dir, ich fahr da was zusammen, das ist nicht mehr lustig. Na ja, echt jetzt da. Ich sehe was, da müssen wir unbedingt da mal hingehen. Was siehst du denn? Wenn du Bauernhof bist bei der Kreuzung, okay, wo die Brücke ist. Und also gerade ins Schneegebiet reinguckst. Oben auf dem Berg, da ist eine Villa oder so. Boah, cool. Ja, das muss man machen. Ey fuck, mich juckt's richtig in den Fingern. Ja, und da soll ich einfach schnell zu dir fahren. Ich bin ja gleich hier, ich bin ja schon hier. Achso, okay. Oh, ich hab wieder ein bisschen Grafikfehler hier. Oder? Ist das Eck einfach so? Ist das jetzt was? Oh, da ist er, der Zocki. Grafikfehler ist schon weg. Okay, ich hab nur kurz mal draufkloppen müssen. Ach, wir wollten uns ja eigentlich unten immer quer durchbuddeln, sodass das alles zusammenstürzt, ne? Ja. Das ist hier die schnelle Variante. Und wenn jeder eine Seite nimmt, dann haben wir das schnell weg. Mach mal das doch so. Das Dropmade schnell weg. Und da ich bin überlegen, ob wir noch eins tiefer müssen. Ich würde schon noch mal eins tiefer gehen, ehrlich gesagt. Na ja, das ist doch noch ziemlich niedrig. Ah, ja. Nicht tief genug, so. Genau. Ja, ist klar, oder, Mann? Ja, ist klar, oder, Mann? Ja, ja, das wusste ich sofort. Oh ja, es bricht zusammen. Bruder. Was gibt's auf die Öhren? Junge. Oh Gott, meiner Schilder K.O. rahmt. ligegerecht kocht. Meist besser. Ja, du könntest dir ja glaub ich da ich mag er Feuer mal hier hin hin. Ja, ich habe leider keine Steine. Oh, das ist jetzt aber ganz schlecht Ich hab 6.000, also Leider nicht genug Leider kannst du da nichts abgeben Nein, das brauch ich alles selber Die hast du schon verplant So wie so ein extrem Ich brauch die leider, weißt du Ich hab hier schon ganz Aha, da ist ein Zocki Zocki, warum Au, 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 au Das tut weh, gell, ja, ich weiß Aber jetzt muss doch das gleich zusammenfallen Wenn die Stücke weg ist, oder? Oh ja Vorsicht Aber ich geh wieder zur anderen Seite, oder? Ja Es ist nur noch ein kleines Stückchen Was wir hier weg machen müssen Und dann das tiefe Graben machen wir Ein bisschen g'scheiter Möchtest du mir dann eh nochmal von oben anschauen Ich muss unbedingt das Level lassen Länger geht So mehr finden Als wir ja noch Unrecht zu Glück habe ich noch ein bisschen Flaschen Und in den Ort habe ich auch genug Essen Aukenlernschulden So ich kann ja nicht hin Kaninchen Ne, das ist Geheimnis also was das drin ist Geht hier wohl gar nicht mehr haben Ja, ich weiß, wir müssen auch unsere Geheimnisse haben Ja, das ist aber gut beziehungsweise das Leben macht es spannend Ne? So, Warte, ich geh hier schnell raus, bevor es mir wieder zusammen fällt Aber jetzt ist gleich immer komplett weg, oder? Ja, glaube ich auch Oh, 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 oh Da sind wir jetzt gleich das kleines Stückchen nur stehen Das fahrt sich immer bisschen mehr dazu Wenn wir so runterbräuchten Ah, das müssen wir jetzt noch weg machen Das ist einfach gar nichts mehr Das war ja auch noch weg, hier, super Und Ah, au, 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 au Das wird ja immer mehr Na, jetzt haben wir es ja gleich So, den Zumpf lassen wir stehen, oder was? Ja, das sieht aber gut Schau mal, das sieht doch schon ein bisschen verdächtig aus, wenn du von Weiben drauf schaust Ja, der Busch ist aber an der Spitze Das ist irgendwie komisch Irgendwie schon, gell? Was hat denn der da? Was hat denn der da, Mama? Ja, der hat einen Bütz Das sieht fast wie ein Ziel aus, ja? Aber nicht der Gute Ach, na mal rein, da wehnt sie So, YouTube, und das ist unser Swimmingpool Okay, also jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie groß das Haus wird Das ist aber nur der erste Swimmingpool von drei, ne? Und das ist der kleinste von den drei So, machen wir das halt noch schöner, Freiband So, machen wir das halt noch schöner, Freiband Und tiefer fahren kann man ja, dann muss man ja nicht gleich sofort machen Weil, äh, wir könnten Erstmal in das Haus schauen Aber ich soll doch hinschauen Ja, klar Okay, geil Hallo, da erwähnt er was von Looten und hat ein Betsy dabei Okay, cool, dann muss ich mir aber eine Kiste craften Aber schauen wir sich das mal von oben an Na gut, den Teil müssen wir halt auch noch wegmachen, ne? Ja, das ist nur die Ding Aber ist ja riesig, hä? Ich komm nicht hoch! Ich komm nicht hoch! Ja Das ist richtig riesig, hä? Oh ja Ich hab die Wiese da noch weg, damit es ein bisschen besseres Bild gibt Ja Okay, das mit dem Und wie ich mir das so vorgestellt habe, könnte ein bisschen schwierig werden Weil das da hinten so uneben ist Weil hier geht der Hügel hoch, weißt du, wir haben keine Ähm Okay, warte, das müssten wir auch gar nicht benutzen, vielleicht Gut, wir könnten aber da auch noch was wegmachen, zur Not Ja, könnten wir auch Können noch Sachen wegmachen, wir können ausschütten, wir haben ja genug Möglichkeiten Das schaut gut aus, oder, das Loch? Haben wir gut gemacht! Löcher machen kann man schon mal Das ist richtig So Ne, dann müssen wir das Loch halt auch stopfen, ne? Im Haus Ähm Hast du einen Eimer? Ich geh schnell Wasser holen und füll den schon mal ab Ne, was auf, ich werd hier irgendwo Wir graben einfach ein Loch zum See, du ich Zum Fluss, weißt du, und dann läuft das Wasser dann da rein Ich werd hier irgendwo Wird es gehen? Ich glaube nicht Ah, ich weiß es aber nicht Wird mich jetzt gerade, ich weiß nicht warum, aber Was willst du jetzt machen? Dein Auto Ne, ne, ich mach's jetzt nicht Ich hätte gerne halt mein Schneise so zum Fluss rüber gebuddelt, ob das Wasser dann da reinlaufen würde Aber es wär blöd, weil wir wollen ja da kein Wasser drin haben Oh, kann doch von mir aus Wasser drin sein So, ich baue mal da kurz ne Kiste hin Und du die Sachen rein, die ich gerade eben nicht mitbrach Hey, ich hab noch genug Platz im Wagen Ja, ich nehm die Sachen auch vom Wagen, aber Die Werkbank brauch ich auch nicht mit Die hab ich jetzt nur gemacht wegen der Hinten halt, ne Das glaub ich mal Ja, ihr habt's verstanden Super, wenigstens einer So, jetzt muss ich kurz Platz machen im Auto Weil wenn wir da jetzt hochfahren Das ist ne Villa, Brudi Also da gibt's einiges zum Looten Ich hab ja auch die Nagelpistole, ne Was soll ich das jetzt hassen? Nur, dass ich Geld hab, wenn wir dann bauen Nur, ich hab' ne Nachhilfe, ja gut Wie wollt's nochmal erwähnen? Okay, äh, ich nehm ein bisschen Bisschen Ganz wenig zum Essen Lass ich bei mir Ich hab gar nichts zum Essen, hoppala Da bricht der Boden hinter mir Hey, du warst in dem Hause noch gar nicht drin, sorry Nein, warum noch? Ich hör irgendwas Ja, das ist ein Zombie, der ist hier im Haus Okay, dann juckt's mich nicht, wenn er im Hause ist Weiß nur nicht wo So Ich glaub, der will mir nur Hallo sagen Nitten Weg nicht Bin gleich da, ich schau nur, ob ich hier was zu essen finde Ja, mach ruhig, mach ruhig Ich mach kurz sowieso Platz bei mir hier Äh, die Munition, die gleich einbrechen Ich schieß mit Armbrust und so Oder? Das war ein romantisches Schlafzimmer hier Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich nur mit Armbrust herumballern sollte Oder vielleicht doch ein bisschen Munition bei mir tragen sollte Denn Ich nehm' doch die Ich nehm' ne Pistol mit Dann brauch ich das aber auch, oder? Hier ist eine Das Triad Battery Bank Ach, kannst du die nehmen? Nein, ich konnte die nur ausräumen Da war aber nix interessantes drin Nur ein bisschen Blei Ich muss nicht immer den Bürostuhl mitnehmen, den brauchen wir nicht, der Schatz Hallo, gut, Betsy Ähm, warte, der Zombie ist bei mir, aua, aua, aua Ne, ne, ne Ne, 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 nicht mit mir, Brudi Ähm, Wasser Vitamine Mineralien und was zum Naschen Wo geht's denn hier offiziell runter? Nämlich nicht durch den Boden fliegen Der ganze Boden hier ist brüchig Ich hasse das Musst du immer so durchs Haus springen Aber meistens, wenn man einbrechen kann, gibt's doch was Gutes, oder? Ähm Kann, ja Könnte sehen, Bradwood So Pass mal auf, ich muss Da kurz was machen Der wurde doch schon geloot Oh, geil Oh, geil Kann ich da noch einmal? Ich hab doch, glaub ich, mehr gehabt Nein Gut, bist du bereit? Ja, ich komme Leider hab ich nix, leider hab ich nix zum Essen gefunden Macht ja nix, ich hab ein bisschen was mit Ich weiß leider nur nicht, wie wir genau dorthin kommen Das ist nicht gut Also, es könnte ein bisschen erhauften werden Also, wie immer quasi Standard Oh, mein Jeep hat nur noch 49% Energie hier, weißt du ja so Ui, dann hätt ich da vielleicht ein Reparaturset wäre vielleicht Aber vielleicht finden wir auch eins Hätt ich da eins lassen sollen Ich hab noch zwei gehabt und hab meinen Jeep repariert Ich hab aber auch noch welche bei mir drin Müsste auch noch eins haben Bei dir im Inventar jetzt, dann? Nee, in der Basis, aber egal Ah, okay Da, siehst du das links? Auf dem Berg oben? Äh, das ist doch die Kirche, oder? Nein, die warft kein Berg Ah, okay Das dachte ich nämlich, das wäre die Kirche Nein, Bruder Die war doch auf kein Berg Wir müssen da schauen, dass wir irgendwie hochkommen Und den Weg hochgehen Ich bin schon wieder hungrig Ich bin eigentlich eh nur am Fressen Was ist los? Jetzt hab ich dann doch fast nix mehr zum Essen Hier ist ne Tankstelle, denke ich Hier können wir auch nochmal kurz gucken Wegen Sprit und vielleicht ein bisschen Nahrung Besprit ist, glaub ich Angelbar Hallo? Herr Verkäufer, was bieten Sie denn an? Hm What the fuck ist die los? Wett, ich hab ein Reparatur-Kit gefunden Oh, cool Ich schau, ob ich dein Jeep schon reparieren kann Oh ja, ich könnte Passt Ich weiß aber nicht, wie viel Prozent der jetzt mehr hat Uh, Brudi, Baumfäller Bei dir draußen? Ja Machst du's? Weiß ich noch nicht Ich hab ja gar nicht mal angefangen Oh, er hat schon wieder drauf mit der Schottie Also ups Ich hab den Jeep erwischt Oh, daneben Ich werde Genau, die wieder zum Zocki Oh gut, dann mal ledig Ich sagte, die Waffen benutze ich jetzt bei Zombies, die mir wirklich stressig werden Hier gab's nix Oh, warte mal, hier ist noch ein Baum Oh, da kommen, Dicke Lass mich mal ran Kann ich nix machen sonst Oh, die ist ja schnell Warum ist die schnell? Ich sag doch, die sind jetzt ab und zu immer schnell Ja, das weiß ich schon, aber warum ist die jetzt gerade eben schnell? Hat die Stress oder so? Hat die keine Zeit? Ähm Für einmal war er weg Ja, der ist fett und du bist auch fett Ja, ich merk's gerade Oh, siehst du, jetzt ist er einbrochen Zahnbrochen, kaputt gegangen Oh, das war laut Oh, ich hab noch mehr Reparatur-Kids Cool, warte mal, ich hab auch irgendeine coole Kiste Was ist hier drin? Oh, Klauhammer, Eisenschaufel Nein, Klauenhammer Ja, wir haben ja jeder Gartenhacker aus Eisen, Eisenschaufel Irgendwas ist? So, da la Hast du das Auto oben auseinandergenommen? Nein, ich nehm's auf die Bergbank auseinander Okay Nur wissen, ob's da unten weitergeht Und jetzt hau ich aufs Auto an Ja Ach hier So, geil, haben wir erledigt So, Toys Food Benzin fast nehme ich auch gleich mit Vielleicht können wir wieder ein bisschen herumsprengen Oh, da ist's Oh, noch ein schneller, noch ein schneller Okay, warte, ich hab ne... Ah, Machete, aber ich treffe mich Aua, ey, ich treffe mich Aua, warum trifft er mich? Weil ich verflute What the hell? Okay, er ist tot Hinter die Achtung Oh, ein Gasmasken-Typ Oh, voll daneben Punkt, erledigt easy Punkt, erledigt easy Noch irgendwo einer, ich hör's doch Ja, oben auf dem Dach Seht's bestimmt was Gibt's doch sicher ein Loot oben Ja, ich seh hier schon Loot Ich seh hier, ich komme nicht Nee, ist er nicht hübsch? Ist er richtig hübsch? Ah, meiner zeigt Köpfchen Meiner zeigt mir seine Eier Weiß auch nicht warum Aua, oh, der Mopedfahrer hat aber ne Reichweite Leck mich im Arsch Oh, geil, Alter Ich hab noch ein bisschen Munition Und Reparatur-Kit Oh, die kommt von hinten Macht nix, ich hab'n Hammer Aber ich schwinge ihn halt ein bisschen zu langsam Ist ja auch nicht Tor Doch, eigentlich bist du unser Tor Du bist der Mann für den Sturm Stimmt, ja Bah, den hab' ich plattmacht Oh, hab's gesehen Da kommt nicht wirklich hoch hier Oh, warte, 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 drauf auf'n Kopf Bah, muss er liegt da, da nix passiert, alles cool So muss er mal hier noch drin Oh, hat dich fast Ah, super, ich krieg' nur ein verseuchtes Alami-Send Wird verschissen? Oh, ich hab' ich hab' sieben Reparatur-Kids Das heißt, wir können unsere Autos ein bisschen vernichten Auf Weiband Ah, der hält's her Ah Du kommst dir nicht hoch Du kommst dir nicht hoch Oder du gehst wieder runter So Na gut, wir haben's Das könnte man zerlegen noch auf Weiband Oh, jetzt hab' ich Durst Durst, oder? Oh, Susi, ich hör' Susi Ja, Susi muss ich dir lassen, da darf ich nicht eingreifen Das ist richtig Wo ist's denn? Könnte aber auch Renate gewesen sein Toll, da hab' ich mir jetzt mehr erwartet Ja, ist Renate Ah, Susi, hör' ich Nee, aber er wusste, ich hör' Susi Okay Du kriegst Big Mama, Renate Und ich nehm' mir nur die Susi Und wo ist Big Mama? Da, wo ich bin Und Susi Okay Da draußen sei er, helft ihr Okay, Susi hab' ich erledigt Dann nehm' ich auch Big Mama Mit Susi hab' ich mal durchknummern Big Mama' Sache I'm Imer Und dann schnur' ich mir auch noch die Renate aufrabern Oh, da kommen jetzt noch ziemlich viele Hm Obwohl zwei Ja Ich kann nichts mehr nehmen Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Hoppala Oh, den hab' ich noch in der Luft rein geharrt Das sah gut aus Boah, da hinten rennt aber Was ist denn das für ein Fett da hinten? Das ist ein Holzfäller Achso, die gehen so fett, okay Ja, aber lass mal die Wir kommen nie, wir kommen nie an Ja stimmt, wir kommen sonst nie an Wir sind echt schlimm Hast du vielleicht ne Kleinigkeit zum Essen für mich, Zocki? Ich glaub' dann Moped, Moped sag' ich Dein Auto ist fix und fertig Ja, warte, hier Hier ist fix und fertig Wo ist es denn? Da, wo bist du? Hier liegt's Oh, danke sehr Mehr als ich dir eigentlich geben wollt Aber Es liegt hier Was ist es denn jetzt? Gerade eingesammelt Ach, da Mehr als du mir geben wolltest Zwei Lamm-Rationen Ja, ich hab nicht so viel mitgenommen Ja, wir finden bestimmt was Vielleicht wär's hier schon abgegangen, Zocki Ah, ich seh doch den Weg Zock, wir sind dran vorbeigefahren Hier ist der Weg Vielleicht ist der Drop ziemlich nah Weil der Schatz ist Der Schatz ist weiter weg Der Drop ist auch weit weg Gut Dann auf zur Villa Oh, ich drifte Echt, ich nicht Wee Wee Drifting Und Der Kurse reicht das Ganze, ne Finde ich geil Und der ist schon da Warum haben wir nicht? Warum sind wir nicht hier eingezogen? Ach, weil's Winter ist Oh, schöner Parkplatz Da könnte man eine Garage sogar reinbauen, Zocki Hoppala So Oh, geil Warte Ach, scheiße Ich kriege kein gutes Bild hin Ja, ich dachte da auch grad, gell Das wär von unten fast besser geworden Moment Du? Vielleicht noch Muss ich nur zu helfen wissen Ich weiß es nicht, wie's geht So Und vielleicht Das ist definitiv zu viel Das ist definitiv zu viel, Bruder Definitiv Dinitiv So Alles nur für YouTube Ich probier's gerade Ah, das ist ja ne geile Idee Von Zocki Ich bin viel zu nah dran Mal Man muss da weiter weggehen Hier ist verdammt gut Ich geh hier runter Baume ich hoch YouTube Na, sonst gibt's ja keine Klicks Ja, nochmal Na, jetzt ist mir der Baum im Weg Da muss ich vorher drauf schauen Da wird's eine bessere Stelle Aber dann ist mir der Betz im Weg Ja, den kann ich rausschneiden Hör mal, wenn ich die ein bisschen von oben kriege Oh, ich sehe Zombies auf uns zukommen Hoffentlich kloppen mir die dann nicht die Holzrabeln unter meinen Füßen weg Ja, ich werde nämlich verdammt hoch sein, weil ich will eine oben Aufnahme machen So YouTube, das ist die Villa Kumpterbund Oh, Petsi Oh Gott, ich bin so hoch Kommt der Zombies, ist der hier? Ne, ignoriert uns komplett Gut, dann baue ich noch welche Hoffe, ich bin jetzt nicht zu nah dran für meine oben Ah, ne, geht zu nah Ah, ha, ha, ha YouTube Akei Aber es ist ja höher als ich das gibt, es kann ja mal nicht auf mich sitzen lassen Es gibt noch Ach, jetzt geht's mal mal Wetter, mehr höher baut, oder was? Ich hab definitiv mehr Holzlösung Ich hab aber noch genug Holz einstecken Und ich hab noch viel Holzraben Okay, jetzt ist das kein Bild mehr, aber bewusst Jetzt ist es ein Wettrenner Und irgendwann klopft so ein Zombie das Ding bei uns weg, wie sie es kommt Ah, warte, ich muss erst Energie sparen, Moment Hab nicht so viel Energie Äh, wie hat Energie aus? Mann, faul doch Ah, ich bin schon höher als du, Brudi Ja, weil meiner keine Energie mehr hat Hacke Na komm Ich war kurz bis er hat Man hat auch nie Energie und es geht trotzdem zum Springen Oh, warte, jetzt da Pätsi, guck mal hoch Alter Wie viele Holzraben hast du noch? Äh, 500 Okay, cool, ich mach noch Ich hab, ich mach noch Wie viele macht er noch? Äh, 650 macht er noch, 230 hab ich noch Willst du die alle jetzt verbrauchen? Er platziert eh keinen mehr Er platziert eh keinen mehr Ich glaub ich hab Maximum an Höhe erreicht in dem Spiel Höher geht's nicht mehr Anscheinend Er platziert einfach keinen mehr Energie, komm Er futtert schnell da oben Hehehe Oh, schönes Ding Aber wenn jetzt ein Holzfäller mir das wegkloppt Na Moment, dann brauch ich keine mehr herstellen, lassen wir's gut sein Hab ich noch 999 Holz Wenn du jetzt höher kommst als ich Darf aber Das sieht aber aus, gell? Das darf aber nicht möglich sein Jetzt kannst du nichts mehr platzieren, oder? Einer noch Noch einer Jetzt ist es nicht mehr gleich Ja, okay, dann sind wir gleich hoch Ah Alter geht Was geht Warte, ich mach den Bogen, damit ich dich ein bisschen ranzummen kann Oh, ich hab den Bogen nicht anhängen Ich hab Ich hab den Bogen nicht Ich weiß jetzt gar nicht, welche Thumbnail ich nehme, weil da zocke ich hier in Höhe Sieht auch gut aus Du bist mir zu weit weg, ich kann gar nicht ranzoomen Aber man sieht hier überhaupt nichts mehr, gell? Hier von hinten keine Straßen mehr, gar nichts Ja, aber ne Stadt Ne Stadt, ja, die sehe ich auch Die ist aber, glaub ich, bei uns in der Nähe, oder? Okay, wer jetzt die Wettrenner, wer schneller unten ist Auf 3 1 2 3 Ich bin gleich unten Ich auch, aber das ist ein Zombie Ich bin unten Nein, ernsthaft? Ja Scheiße Ah, du hast weniger Holzrahmen gebaut, weil du ein Stückchen höher warst als ich Ja, 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 das ist der Grund, das ist der Grund Gilde trotzdem Nein Gilde nicht Das gilt gar nicht Was? Ich glaube, Berti, wir haben voll das Spiel verstanden Ja, ja, geschein, ja, jetzt Also, wir spielen das komplett richtig, so wie sie es gehört Was? Überleben? Nein, plötzlich Holzrahmen bauen Holzrahmen und die Luft und wir schnell runter Und Aber warum will der nicht verrecken, der Burr? Weil mal die Stein hat auf jemanden angeordnet, oder? So Betsy, ich hätte gesagt, wir gehen aber erst in der nächsten Folge in die Villa, oder? Oh ja, stimmt. Würde ich auch sagen. Dann, YouTube. Bis zum nächsten Mal. Macht's was gut. Haut rein. Brav sein. Servus. Tschüss.